Oh Gott, die haben ja auch noch was zwischen den Beinen. Stopp, Trimace! Wie ist es, die haben wir damals gemacht? Sie war quasi eine Leitung auf dem Körper, und sie war halt nur ein kurzer Mann, und dann konnte ich, wenn sie gar nicht mehr sparen, und konnte sie keinen Augen auf und sie konnte mich wieder sagen, ich hatte einen kurzen, was er in der letzten Woche nachher ist, ich war schon nicht so schwer, sondern dann keine Ratschen mehr, ich hatte einen kurzen Tag, ich hatte einen kurzen Tag, das er mich auch für heute, Es sieht sehr, sehr lustig. Wäre ja auch so anders, aber es passt gar nicht zu dem, wie man kennt. Es ist ja kalt alles. Es ist jedenfalls kaltes. Ja, aber ich weiß, das Ding ist, wenn ich dann so Leute aus seiner Vergangenheit kenne, und die sagen, wow, ich ne, wie viel wir zusammen sind für über ein Jahr, das sind zwei Jahre, oder die Wunder, die so, nee, da kommt jemand so, so kann ja gar nicht sein. Ich glaube, die glauben nicht, dass er sich verändert hat. Ich weiß nicht, was du hier früher mal war. Weißt du, dann stehst du da und legst dich. Danke. Danke.